. 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 ... ... ... ... Anderes Dachkader... ... Ich hab meine Tüße wieder abgesperrt, ich hab einfach die ganze Zeit keinen Skin gehabt nur... ...ja... ... ... Du gehst einen halben Norskens noch an dieser Fagnen. Und wütend ein second. Ich kann ja nicht mehr stehen bleiben und das heißt, ich soll zünden, Alter. Der, er haut einfach vor mir ab. Wir haben zwar die City für uns alleine, aber bestimmt wird die Zone uns wieder so dermaßen ficken, dass es gar keine Rolle spielt. Ja, das ist die City für uns alleine zwar, aber die Zone wird wahrscheinlich überklicken. Ja. Ja, nein! Hallo. Sie wird gar keinen Bock gehabt, ne? Kann ich schon mal machen. Ah, ich wollte ja eigentlich die Tankstellen... Weil, wie ich sage, ich würde Julian freigeben, hat es aber auch noch mitgemacht. Scheiße. Ja, ja. Ich kann das nicht zünden... Ich habe wirklich nichts mehr gespülen. Das hat gar kein adequ anderes T olvid zu spielen. Ich mach's doch nicht. muss ja nicht mit dem spielen das spiel doch mit dem weil du nervst ich nerv ich hab die neue shotgun verdicht ich will die auch haben bitte ausschließlich leistung muss man eine erdklarung und die leister ich weiß nicht nur noch da macht einfach vorher mein ganzes zimmer ich wollte gerade nase putzen ja das ist was liefen hat auch ein abgewälder ab ob du ihn noch hast in dem moment haben wir noch mal das ist die ohne meine dicker als jeden kann sich mal bitte langsam weise sterben es gibt mir wirklich was Feier ich, feier ich. Kann ich was dafür, dass du hier halb verrecken tust? Und damit du den Nerven tust? Hör ich so, ne? Ja, äh, ne. Natürlich krank. Hör ich, halt ich. Ah, alles klar. Wie zuckst du gleich bei mir? Du kleiner Fettband. Hey Junge, ich hab ja Steven gemutet, weil er so übel laut war, ne? Wie das klingt, einfach nur von deiner Seite, Mann. Geil. Du kleiner Fettband. Weiße Farbe? Gib mir mal die, mal die Taktische. Ich tausche es gegen... Ja, ich kann ja noch ne Taktischstelle besuchen, irgendwie. Der Notion? Ist Bliesenpark noch? Ah, fuck! Die Garten rennen noch. Oh, ich laufe zu Zona. Ah, fuck, Mann. Ich hätte noch mal blieben sollen. Ich hab mir mal ein Jörg gemacht, er macht die Runde schon wieder überhaupt keinen Sinn. Ich hab ihn, sind blau. Bitches. Bin zwar absolut nicht bei dir drinnen, aber wen juckt's? Ja, wir müssen uns bloß suchen wegen Zona, oder? Komm her. Das rot, Mann, die Bau ist zwar nett, aber... Ja, ist also... Oh, lol, die haben ja schon. Die waren ja schon. Kannst du die 50er mitnehmen? Oh! Ja, 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 komplett vercheckt, Mann. Ja, die hab ich ja auch. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter, jetzt verweck doch mal leise, Alter, du scheiß Fettmann. Ich schau ja auch, das ist so hart. Hahaha. Hahaha. Ich hab da oben einfach so ne Goldmeskar einfach so auf dem Tor. Sei es Fettmann. Ja, als ob ich nicht in der Zona war, Mann. Und, äh, ich seh schon in der Zona in meinem Nacken gehen. Und, äh... Ich hab doch zu freiten, wir müssen uns, uns Gegners suchen. Äh... Nächste Zona fliege ich hier. Ich glaube, die Zona wird zuerst so wieder auf Tieté hinaus gehen, dass wir wieder 3.000 Kilometer los machen müssen. Den Namen der Fettfenster erkläre ich Steven Wagner zum Anführer. Geil. Oh, hell no. Was mache ich denn, Mann? Ich hasse mich selber dafür, Alter. Ich muss welche Buschen für Heilung oder so. Ich höre dir übel, Alter. Das sieht aus wie so ein Hammer, den du halt verdammt, ey. Das ist der Typ, ne? Das ist der Typ, ne? Legitimer Arschweg, wo bist du? Und die Logo ist ein Typ, Alter. Wer schießt von wo? Ah, hier noch mehr, hier noch mehr. Tappen. Aber One-Shot. Guts. Was? Ich weiß nicht, ob ich noch was gekommen bin, als wäre ich schon unkürnt. ich würde mich wirklich mit einer scheiß Minigun holen, Alter, ich hab' den Weg gerade noch nicht und es war ja nicht mal No-Skin, das war ja vielleicht nicht es gibt No-Skins, die gut sind und es gibt aber auch Skins, die scheiße sind ja, ich hab' gerade nachgedacht ne, sind ja, sind ja nur noch 14 Leute am Bilden ja, war nur hab' ich ja 20 Holz geopfert, als ich hier hochkomme, ne? was hab' ich noch gemacht, sei sie sexy oh ich muss heute nur lernen zu bauen ja, ich hab' das weitergezogen, mach' aufgereift was hat es Steven gesagt? ich will offline gehen ich will offline gehen ich will offline gehen, ist er von Heim? ja, weil das ein kleiner Lappen ist nur weil er ein bisschen Halsschmerzen hat boah, Junge sag' ihn von mir, er darf nicht so viele Schwänze lutschen ey, Steven geht das vielleicht davon, weil du so viele Schwänze lutscht oder so das ist mir heute fast meinst uhr du bist der Mann, alter ich will das ja wies, der ist mir grad so eingefallen da kanns- hä hä, ist dir grad so eingefallen jaiaia ja ja MERHA man kann nicht sagen, ne ne in der Nähe das war wir haben auch drei übrig die Tourmesser und socken ist so anstrengend das ist doch ein Halsnittel entspricht und zu sagen die Hände benutzen den Kopf und Halsgürtel zu kopfen man muss die Leute und die Klinik für sie Nein, die gehen zu laut fest. ich muss mich jetzt rausgehauen der hat verlassen würde ich sagen oder ich bin einfach rausgeflogen na komm jetzt her ich kann nicht nur einhören bis zu auf deinem stelle du wirst heute eher offline gehen bevor ich episch ein Sieg hole jetzt tue ich extra auf scheiße spielen ich kann nicht mehr spielen Nein! Nimm das wieder halb auf oder wie? Ich hör mal, dass ich hier nicht losgehe. Ich werde nicht die Schöne, ich werde nicht die Schöne. Ich werde nicht die Schöne. Ich werde nicht die Schöne mit der ansteckend. Das war's für heute. Ich hab grad den epischen Sieg geholt. Oh yeah. Ich bin so froh. Und ich hab schon noch aufgenommen. Das bedeutet, das was jetzt mit dem Video... Ich kann jetzt endlich mal wieder ein Video raushauen. Zwei Videos heute sogar. Nice. Was hast du denn du gespielt? Solo oder Duo? Solo. Nice. Das war der schlechteste Schwarze Ritter, den ich hier gesehen hab. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.